herzlich willkommen zu einer folgenden karte auf dem marsch ich stelle gerade fest dass mein dünger und mein sack gekauft wird ist ja ungünstig sonst brauche ich ja nicht einstellen so gleich speichern und dann ist das geregelt jetzt wird auch eine saatgut entsprechend von maschinen jetzt kaufen wir die nächsten felder und zwar 13 25 24 so mal liste auf jeden fall 12 so 17 auch unser 13 haben wir schon 18 26 gehen wir mal rein durch 2 3 1 haben wir 15 14 auch 20 20 20 20 wo ist 20 20 23 wie komme ich jetzt auf die 20 21 die frage so ich aktuelle noch nicht jedenfalls 23 noch 23 auch 23 auch jedenfalls die 23 war sie noch 27 Die 21 Ach hier, jetzt haben sie es da, das haben wir schon. 23, 25 haben wir, 12 haben wir auch, 13 auch, 21 auch, 33 haben wir auch, 14, 15 und die 26, haben wir, wir haben alle Felder, so, jetzt brauchen wir die Hallen noch, die Hallen, also ich liebe ja die Hallen, wo man durchfahren kann, zwecks unnötige Wenderei hier, hier müssen wir im Prinzip lang fahren, um da hinzukommen, wir werden hier vorne mal ein Gebiet, hier werden wir mal ein Gebiet mal gleich, äh, näher planieren, wenn wir entsprechende ansetzen, damit wir da rumkommen, hier ein bisschen zurück. Die sind vielleicht schon planiert sogar, das wäre nun Blödsinn, weil wir kommen ja nicht eigentlich wollen wir hier eine Halle bauen, aber da sehe ich weiter. Das ist aber keine Halle, die durchfahren kann. Und das ist eine Halle, wo man hinten zu ist. Das ist eigentlich mein Wunsch. Wir haben ja viele Hallen. Entschuldigung. Wie los? Das wäre doch so ein Teil, wo man sehen könnte. Wenn man auch reinfahren kann. Zwei Fahrzeuge und daneben, so die Dresche vielleicht, und die Höhe passen würde. Wenn man hier nicht ran. Dann können wir hier vorne, eben nicht. Das ist jetzt die Tore. Das ist jetzt die Tore. Wenn man diese Halle jetzt genau hier vorne hinsetzen würde. Dann könnte man immer noch hinten durchfahren. Das passt sogar. So, dann kann man hier noch eine kleine Halle hinbauen. So, dann kann man hier noch ein paar Mal hinbauen. Nein. Das war nichts. Ich weiß zwar nicht genau, wozu und wie gut er zeigen könnte ich jetzt. So. Macht wenig Sinn, aber gut. Dann können wir nämlich gleich, äh. so. Wer ist fertig? Der ist fertig. Dann könnte der auf die 14 fahren und da vorbereiten. dann könnte der auf die 14 fahren gucken. Dann könnte man das auf die 14-15 lecker sehen können. Dann könnte das auf die 14-15-15ac und was. Es ist ja leider bei den 14-15-15ac. Sonst wäre ich einfach einen kleinen Abteil. aber ich sage das nämlich immer in Kauf ganz gerne bevor ich ständig eingreifen muss und dann hier ich weiß gar nicht wie so eine Schnellpferde muss ja noch Maschinen so, da vorne so eine Ecke, wo ich auch nicht gemacht habe Entschuldigung so viel Staub macht er auch so, wir werden jetzt wir haben die Hallen gestanden die Kühe haben das erste Mal das Futter wir können jetzt auf die Geschwindigkeit 5 hochgehen nachdem wir alles was gebaut haben ich sehe gerade was da einer richtigen Gram warum ja, das ist nun nicht feine englische Art hier das ist nicht so schön so dann muss man ganz gucken wir haben den Kurs ja nicht gespeichert das muss man ja aufpassen jetzt zweite Runde aber man wird aufpassen auf mehr als den Kurs na ja gut ok, kommt man mit Helfer nicht nochmal kein Thema aber irgendwann speichern wir die Kurse wieder und sonst kein Thema Entschuldigung aber das Mikrofon ist nicht zu empfindlich aber mir plagt die Erkältung dann ist man nach wie vor so zum zweiten Mal in diesem Jahr das ist ja rein doll so der war schon der war schon hier wenn wir uns am Kurs bekommen einer noch schon gearbeitet und der Arbeit auch auf drei sicherlich das machen wir da aus den DNA dann nach oder irgendwo ein Fehler verursacht kann auch sein so das könnte auch sein gut hier gibt es andere Gründe Baum vielleicht wäre ja auch ein KI-Fahrzeug hier weil es nicht gestört hat wir mal auch kurz gucken wie der Kurs aussieht wo er entsprechend weitermachen kann erste Runde muss aufpassen mit der Maus dass ich nicht vom Spier runtergehe dann geht die Länge ohne mich ja nicht neue Masche wieder jetzt hat man ging's da ist der Pfeil hier ist Ende dann müsste da vorne wieder anfangen wer weiß was da für ein Ding hat hier gerade zu derselben Zeit beide vom Kurs abkommen ich bin nicht gerade bei um meinen Mod-Ordner zu zu reinigen kann man ja also alles was ich brauche fliegt jetzt mal raus ich plane dort schon zu lange ich werde die Richtung hoch ja schon länger Zeit doch ums ging naja da kann der andere gleich auch Feld 1 oder Feld 2 oder 14 dann müssen wir nicht gleich kalten sobald das gewachsen ist sobald das gewachsen ist da wäre kein Grund zur Panik da kriegen wir halt noch hin jetzt kann er wieder arbeiten der ist fertig einsteigen mal arbeiten ja machen wir gleich ich wollte mal schauen in der Garage ob wir da was tauschen können ich habe nämlich diesen hier mit 19 kmh oder dem das kann man hier auch erkennen beide haben geeiert Gigant bei Volley verkaufen wir einfach das ist jetzt zwar ein bisschen blöd weil ich jetzt keine Ahnung zum Nacharbeiten habe aber das ist auch egal das war unser Händler holen wir uns einen neuen Flug um da irgendwie hin zu bekommen dann ja ja So, dann wieder. Voll gewohm. So, flug. Dann nehmen wir den. Ob der besser ist, weiß ich nicht. Aber das hat sich nur noch gelöst. Wir werden jetzt auf Feld 12 gehen und da arbeiten. Wir wollen 13. 13. Aber nacharbeiten, das ist ja natürlich nicht ganz dramatisch. Irgendwann fliegen wir so wieder. Machen wir mal die 13. Und dann machen wir die nacharbeiten gleich. Das wird eher auf den Test aus. Wir werden gleich mit anderen Geräten nacharbeiten. Dann werden wir die auch gleich noch verkaufen. Und da sind wir. So, da sind wir wieder. 13. Ist das jetzt anders hier? So. Feldmodus. Kursgenerierung. 13. Bei Waren. Hier war mit drei Waren. Wenigen gleich. Zurück. Schau mal gleich, ob der was Gutes macht oder was Schlechtes macht. So, schlecht garantiert. Wenn man noch nie rankommt. Dann wird los. Dann wird los. Ja, das ist ja gleich in grün. Ja, das ist ja gleich in grün. Na, ich kann dir mal normalen Flugzeug kaufen. So. So, liebe Freunde, das war's vor allem. Wie gesagt, ich danke fürs Reinschauen. Dann sag halt mal schön und winkelwinkel. Ciao, ciao. Vielleicht hört man sich zur nächsten Folge. Tschaui. Tschüss. Tschaui. Tschaui. Schlechtes, Sie SS access hay unerade Adler.